Ich lerne Deutsch. Nummer 14.532 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Entspannung bedeutet für mich, die Füße hochzulegen und die Seele baumeln zu lassen. Entspannung bedeutet für mich, die Füße hochzulegen und die Seele baumeln zu lassen. Kommst du heute Abend mit in den Club? Oder gehst du wieder mit deinen Freunden zum Fußball? Kommst du heute Abend mit in den Club? Oder gehst du wieder mit deinen Freunden zum Fußball? Kommst du heute Abend mit in den Club? Oder gehst du wieder mit deinen Freunden zum Fußball? Der charmante Kellner machte den Abend im Restaurant besonders angenehm. Der charmante Kellner machte den Abend im Restaurant besonders angenehm. Der Kellner hat eine freundliche und anziehende Art, die den Gästen das Gefühl gibt, willkommen und geschätzt zu sein. Der ineffektive Einsatz von Zeitressourcen kann zu verpassten Fristen führen. Wenn die verfügbare Zeit nicht gut genutzt wird, können wichtige Termine nicht eingehalten werden. Das Boot ist aus Holz. Ich weiß nicht, aus welcher Holzart es ist. Der Radfahrer benutzt jetzt ein Fahrradschloss, weil sein Fahrrad schon einmal gestohlen wurde. Der Radfahrer benutzt jetzt ein Fahrradschloss, weil sein Fahrrad schon einmal gestohlen wurde. Ich bin der Chefarzt dieser Klinik. Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Ärzte. Ich bin der Chefarzt dieser Klinik. Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Ärzte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin der Chefarzt der Klinik. 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 Ich bin der Chefarzt der Klinik.